recht herzlich willkommen zur 221 folge vom kabel space programm ja wir sind auf dem weg zum minimus haben ja unsere rakete irgendwo am fliegen mal gucken wo wir sind ich weiß es jetzt auch nicht riskieren muss oder wie ist er wenn muss vor sechs in diesem rückweg oder nee das sind wir schon nein da fliegt einer hin sind wir da sicher wir haben doch hier noch eine die sollte da auch noch hin warte mal ne doch da geht die reise hin haben wir das jetzt doppelt angelegt gucken wir mal doch rein hier dann wissen wir doch gleich was da los ist oder also wäre mir eine note wir haben zwei drinnen also kann das keine rettungsaktion sein da ist schon mal klar wenn sie die frage was die aber machen oder machen sollen dass die frage müsste schon ein pilot sind unterwegs irgendwas machen die da gute frage aber tracking station aber wir stellen jetzt erstmal die rescue aktion ein und das ist ja diese wohl ne unsere letzte aktion hier da ist ja nur einer drinnen ist aber platz für drei obwohl eben waren zwei drinnen also auch platz für drei also konnte dann noch einer gerettet werden ja sehr interessant wir gehen mal hier hin dann sehen wir dass da irgendwo unser punkt ist 21 minuten was jetzt nur noch 19 sind alles klar das passt wir müssen noch ausrichten das können wir auch machen das war falsch rum so dann sind wir ausgerichtet einfach noch ein bisschen höher nach rechts genau so passt das jetzt geht die reise vorwärts gut da können wir auch vierfach gehen 16 minuten noch 12 8 4 noch mal langsamer 3 minuten noch 2 minuten noch und 1 minuten noch und wir machen mal ganz langsam weil wir richten jetzt dann obwohl ich glaube ein ganz tag nach rechts könnte man noch klar und ein bisschen höher glaube so ist optimal ja und da müssen wir den schub da hochladen und ich glaube wir fangen da schon mal mit an oder 40 sekunden vorher lassen wir uns bei 30 anfangen dann müsste es passen gehe ich von aus so und auf geht's voller schub jetzt schieben wir das raus und hoffen dass wir da irgendwann ankommen könnten mal gucken wo er ist focus view da ist das ganze werk sind nur weit weg jetzt ist die note abgelaufen wir hätten viele er doch anfangen müssen aber naja das ist jetzt nicht so weltbewegte werden da schon noch hinkommen 600 da brennen wir ja ganz gut ne alles in ordnung würde ich sagen können klein bisschen korrigieren so so 500 noch wir hätten eine minute vorher anfangen müssen zu brennen aber das ist auf der entfernung jetzt nicht unbedingt so das schlimme ding würde ich sagen 400 400 so die geschwindigkeit steigt spritt wird weniger eine minute jetzt also anderthalb minuten haben wir dafür gebrannt das ist eine halbe zwei minuten sind das dann 18 jetzt 130 plus 30 sind zwei minuten hätten wir dafür gebraucht ungefähr alles klar ne 150 oh wir wandern da immer mehr weg wenn wir vielleicht ein bisschen eher aufpassen müssen stopp da war gerade was wo ist denn jetzt das ding da irgendwo oder er muss noch jetzt sind wir total abgedriftet und wir sind jetzt irgendwo aber nicht da wo wir hin wollen glaube ok das heißt wir müssen das ganze werk noch korrigieren ja leider irgendwas haben wir da gerade falsch gemacht würde ich sagen dann sind wir doch zu weit abgeschwiffen machen wir mal erstmal das manöver hier weg machen neues und gucken dass wir das korrigieren ich glaube wir sind zu weit raus werden da vom minimus eingefangen können das sei vom hund eingefangen kann da sein ja das ist unser problem das ist unser problem wenn wir jetzt mal wissen ne was wir nicht wissen ne ich glaube wir haben da ein ganz großes problem gerade ich glaube wir haben da ein ganz großes problem gerade weg das ist nicht auf der passenden höhe schon mal das ist da allerdings alles nicht so da fängt er uns ein das heißt da bringt uns alles nichts das heißt hier können wir gerade den wieder weg machen und wir müssen gucken noch mal ein manöver machen machen wir hier ein bisschen zurück zum hundescape ist hier ne das prinzip würde ich jetzt erst einen noch gegenseitig ausrichten und den mal ein bisschen kleiner brennen noch aber wenn ich das jetzt minus mache dann habe ich den jetzt hier irgendwann eingefangen also der ist es definitiv nicht der war schon so groß müssen wir schon bleiben erstmal und dann müssen wir gucken dass wir den hier irgendwie rum drehen jetzt fängt er uns wieder ein das schlecht das scheitert uns jetzt gerade fürchterlich weil wir den und im weg haben ja ganz schlecht ne jetzt fahren wir mal wieder so weit ran bis der mund erscheint da wohl wir können den ja rein theoretisch nutzen ne aber wo ist dann die bahn hier das die frage ne man sieht auch nicht dass er den ich müsste das alles abschalten können hier vom mund das ist ja nicht mein ziel das ist ich komme da ja nicht hin ne es nützt grad nix aber das hier sowieso wieder abzureißen in welche richtung reisen wir denn die reisen ja da lang ne dann haben wir den das manöver vielleicht mal hier hin machen sollen stopp da war doch gerade ok nochmal schnell hier anklicken fokus view dann da rein und dann den punkt wieder anpacken aber jetzt ist die frage stopp das ist jetzt ein bisschen viel so und das müssen wir jetzt nochmal korrigieren beziehungsweise korrigieren ist verkehrt wir müssen es einfach nur fliegen spielt das eine rolle wenn wir das machen ich glaube nicht wirklich ne irgendwann muss der jetzt hier kommen oder und sieht doch gut aus oder können das nochmal umdrehen und einmal rausschieben das ist aber auch wirklich minimal was wir da jetzt machen müssen das war nämlich schon zu viel das heißt triebwerkslast müsste runter und da trust unlimited hier wieder hin und da ist es glaube ich schon super lassen wir so gut dann haben wir das korrigiert sind jetzt doch noch auf dem flug dahin wo ich jetzt schon sorgen hatte also nicht mehr klappt passt nächste frage ist jetzt die wir haben schon einen nach minmus ne hm ein fluggerät ist unterwegs die na ohne luna ohne wiederkehr die waren es nicht waren die das switch 2 die beiden sind das ne die fliegen da schon hin oder wie mit diesem ziel gehen wir mal eine karte ob es das war doppelt geklickt warte mal da müssen wir hier mal gerade den minmus auswählen na kommt schon ne ja weiß ich jetzt auch nicht warum man das nicht macht keine ahnung auf jeden fall haben wir da eine marke gesetzt die da ist und die wir wahrscheinlich dann irgendwie haben werden naja nichts desto trotz würde ich jetzt erstmal sagen soll es für die folge reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei sein falls ihr noch kein abo habt macht eins kostet nichts falls ihr bock habt das nächste video zu sehen dann macht euch die glocke an und falls ihr dann an diesem video das gefallen gefunden habt dann könnt ihr auch einen daumen hoch geben alles klar bis dann tschüss ab 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 Vielen Dank.